Los! Wir haben die Fashion Show 2017 von Eska. Das Thema ist Frühling und natürlich für Jung, Alt, Herr und Frau. Und dabei habe ich Frau Müller und Frau Niemann, die das Ganze mitorganisiert haben. Also ein Teil des Organisationsteams. Und wir sind ganz neugierig. Was erwarten wir denn heute? Frische Mode, ganz tolle Models von klein bis groß, viele bunte Farben. Das Maritime, was ganz aktuell ist im Moment, Anker, Schiffe, Maritim Rot, Weiß, Blau. Wir haben wirklich die aktuellsten Mode dabei, über Blomberjacke, über Patches, auch Jeans. Und im Strumpfbereich, wie man so schön sagt, kriegt man jetzt die Socken auch schön sichtbar für den Sneaker. Frau Müller hat heute 20-jähriges Jubiläum bei der Eska-Modenschau und hat auch ein bisschen Sekt mitgebracht. Also jeder, der kurz entschlossen noch dazukommen möchte, Erfrischungsgetränke gibt es auch. Genau, schließen wir mal. Wie viel Platte haben Sie denn? Wir haben ungefähr 100 Sitzplätze und genügend Stehplätze für alle. Also eigentlich sind ökologisch Haus immer sehr beliebt und sehr gut ausgebildet. Wenn wir so rüberschielen, man sieht auch schon, es ist ziemlich gut gefüllt. Ein bisschen Zeit ist noch, werden noch mehr Leute kommen. Das hoffen wir. Und wie viele Models machen mit? Gute Frage. Ich glaube, so Womberwad 25, ja. 25 Models und das sind dann ungefähr wie viele Ausstattungen? Also ich allein laufe sieben Mal. Ja, wir haben vierze Bilder. Ja, vierze Bilder. Es gibt unterschiedliche Themenbereiche. Wir haben von Maritain, Bademode über Aufdor, wir haben Kindermode dabei. Und Jugendmode, wir haben ja wirklich von Kleinen bis Großes, Alter jedes Großes, eben was dabei. Und das ist ein Thema für das ganze Kaufhaus. Ihr macht das wahrscheinlich das komplette Team machen. Das komplette Team. Wir sind eine große Familie. Super, erst wenn das davon. Genau. Mitten in Neustadt, der schönste Stadt der Welt. Die Gäste kommen auch so langsam und danach gibt es Eis bei Nelo. So ist es. Und eine große Verlosung kommt mit los. Also falls noch jemand kommen möchte, wir verlosen ein großes Fahrrad von der Firma Calamar. Ein Rennrad und noch drei Einkaufsgutscheine für Eska. Die sind auch noch dabei. Genau. Drei Einkaufsgutscheine, ein Fahrrad. Also Lohnen kommt, äh, kommen lohnt sich. Ich bin der, der sich nämlich hier immer verspricht. Na klar. Und habe ich jetzt noch irgendwas vergessen, bevor es losgeht? Ich glaube das Wichtigste. Komm mit an. Vorhin ist auch eine tolle Schuhe. Genau. Eska geht zurück zur Arbeit und wir schauen uns das an. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.